Fertig, Meister. Gut. Wir könnten noch einen weiteren Schreckenslärmter bauen. Für noch mehr Geld. Ich weiß nicht, ob das so klug wäre. Nebel, also diese Dinger hier, um Eisen herzustellen, werden wir nicht brauchen. Nicht nach aktuellem Stand. Wir kriegen viel besser Eisen über andere Wege. Hier werden wir eine Verschwendung unseres Geldes. Entfernungkäster für Schwefel werden wir im Moment auch nicht benötigen. Denn wir kriegen mehr als genug Schwefel. Und wir bauen Schwefel für nichts außer für unsere Leibes im Moment. Das Moment der Gier bewirft uns Metall an. Ja, das ist eine gute Investition. Schwefel ist noch drin im Haufen. Oh. Gar nicht mal so viel. Es schneit. Gar nicht mal so viel. Ja. Natürlich. Ja. Das könnte ein Problem werden. Also brauchen wir Reichtum. Das kostet uns 50.000 Steine. Kommt wir denn? Was auch immer. Es sieht aus wie Konfetti. Hm. Sind wir bereit das auszugeben? Ist die Frage. Für unheuerliche Mengen an Geld. Ja. Ja, das sind wir. So viel Schwefel werden wir aktuell nicht brauchen. Ist die Hoffnung. Dass wir nicht so viele Leibes ausgeben müssen. Das Monument der Gier ist definitiv nötig. Gar nicht hier sein. Außerdem können wir Schwefel aus Eisen herstellen. Durch die Altare. Ich brauche mehr Manna. Jetzt. Bauen wir es. Blut Monument der Gier. Wir nehmen die Festung. Wenn's denn sein muss. Hm. Was soll noch repariert werden? Ja. Einmal kurz drauf hauen. Jetzt macht euch aber auch ganz spezifisch die Mühe all unsere Leibes zu töten. Nicht wahr? Jetzt wo wir kaum noch welche haben können. Es regnet. Nein, sie haben keinen getötet. Die Schweine. Ja, ja. Na gut. Gruppe 0. Hex, Hex. Ja, ist gut. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich hab getan. Ihr habt alles abgebaut. Nur da ist noch Leben. Ja. Ich sehe ganz anders, als wenn da nichts mehr wäre. Ja, ja. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Verabschieden wir uns von unserer Schwefelmasse? Was ist das gewesen? Aber das Monument der Gier wird uns mit Geld überschütten. Ist die Hoffnung. Ja, ist gut. Ein Held ist in große Gefahr. Lass es giftige Peile regnen. Und wenn wir Geld trinken, dann können wir alles andere auch noch machen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit in der Bank. Denn aus Geld können wir alle anderen Ressourcen herstellen. Was mich daran erinnert. Wir möchten jetzt vielleicht doch ein paar Inferno Castle aufstellen. Scheiß. Sub avoiding elle, eine Schatzmeister Und zwar hier so. Eins… Eines… Drei… … … Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wird erledigt. Fertig. Fertig. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. So, das gibt uns dann ein bisschen Schwefel rein. Können wir natürlich ein Schwefloch herstellen durch etwas anderes. Tempel des Grauens. Das wird euch gar nicht schmecken. Wir hätten noch etwas aus dem kontinlichen Schwefel herstellen. Daran meine ich mich zu erinnern. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Der Winter kommt gleich, also die können wir auch wieder weg. Das ist ein Tempel des Grauens. Ah, praktisch. Kann überall hinstellen. So ein Club-Tempel. Gut, investieren wir unsere Steine. und den Friedhof größer. So, erstmal auf reguläre Geschwindigkeit runtergehen. Aber gern. Na gut. Aber gern. Karl allein. Was hast du getan? Bleib hier. Fertig, Meister. Natürlich. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können... Lasst es gehen. Das bringt uns auf elf Stück. Wir setzen irgendwo noch am 12. hin. Dann bin ich so zufrieden. Und sollte. Oder Sekunde. Wir haben mit elf. Fertig. Wir haben noch drei weitere dran drin. Klemmen. Wird nicht nötig. Dann setzen wir einfach noch am 12. hier oben hin. So, fort. Und dann können wir die Aesthetik hier beibehalten. Das ist lieber als das. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Hex, Hex. Hex, Hex. Wir hatten doch ein Gerät, das kontinuierlich ein Schwerwer erstellen konnte. Wieso bin ich etwas zu blödes zu finden? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ah. Fektion des Schreckens. Das wage ich nicht. Wollen wir drei Stück davon. Wir fühlen uns dann zufrieden. Fertig, Meister. Fertig. Fertig. Zaltag. Giftalarn. Euer Dorf wird angegriffen. Sehe ich nicht. Gierschlund wollen wir im Moment nicht, wir möchten noch fünf weitere Hölzdinger bauen, eins, zwei, drei, eins, zwei, 500 Holz pro Zyklus, Müsste aushelfen. Es wird Sommer. Hälte! Okay, ja, ja. Grrrr. Lasst es gifftige Pfeile regnen. So. Hälte! Gut, was ihr nicht lassen könnt. Aber gern? Eins, zwei, und dann setzen wir noch ein drittes davon. Einer eurer Arbeiter schlitten Schwierigkeiten. Ach, ja. Es ist Zeit. So, nächstes Ziel, nächstes Monument, das wir bauen müssen, ist definitiv Reichtum. Oh, Mann. 5.000 Taler, 50.000 Steine. Na, gut. Hm. Wir wissen, wo wir unser Leib eigentlich hinzuschicken haben. Vor allem haben wir einen Held attackiert. Ich würde sagen, wir setzen jetzt noch eine weitere Nebelgrotte irgendwo hin. Wir werden viel mehr Bevölkerungsplatz brauchen. Ich tue es. Jawohl. Okay. Fertig, Meister. Ja, ist gut. Wir haben 10, wir haben 12. Wir haben 5. Wir haben 5. 5. Wir haben nur 2 der Kavernen bisher stehen. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Seht nur. Es klart auf und wird wieder warm. Ja! Drei Kavernen sollten wir uns leisten. Ja! Ja, ja. Fertig? Jetzt wollen wir noch ein paar davon aufstellen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Einer eurer Helden wird angegriffen. Fertig! Perfekt! Es wird Spaß haben gehen. Wir wissen, dass wir Steinhaufen sind. Es regnet noch. Es regnet noch. Noch ist nicht Schnee. Okay! Alles gut! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Fertig! Sofort! Ja! Zahltag! Wird erledigt! Zahltag! 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 Sie schüttet. Jawohl. Wir können nur einen haben. Komm zurück. Wir können wahrscheinlich einreißen und später noch mal verschieben. Aber das kriegen wir Truppen. Der Nebelzyklus geht noch schneller. Perfekt. Je schneller der Nebelzyklus durchgeht, desto schneller kommen wir an unsere Monumente heran, die wir brauchen. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Es ist zahlt. Es ist zahlt. Denn zwei Monumente gibt es noch, die wir brauchen. 75.000 Eisen wird davon nötig sein, für das Blutmoment der Macht. Mal sehen. Hier ist der Bomber, einfach noch eine neutralen Nebelgrotte auf. Ja! Ich brauche mehr Manna. Weil wir einfach mehr Platz benötigen. Fertig. Es ist zahlt. Gut, hier haben wir noch genügend Platz für den restlichen Sachen, die wir benötigen. Ich möchte dennoch, glaube ich, die Sachen hier dennoch einrichten. Das kostet ganz viel. Wir wollen mehr Schwefel haben. Wir wollen mehr Steine haben. Wir sind bei zwölf, nicht wahr? Ich möchte auch auf 15. Eigentlich klingt 20 gar nicht mal so schlecht. Es werden dann tatsächlich tausend Steine pro Zyklus. Und das könnten wir gebrauchen. Fertig. 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 Eins. Im Leben nicht. Drei. Gäste. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Eine eurer Ecke steigen, ich weiß. Nichts lieber als das. Ich hab getan, was ihr wolltet. Natürlich. Nur weil ihr es seid. Giftalarm. Kala wurde überwältigt. Was ist da passiert? Überraschung. Es beginnt zu regnen. Und was hat denn da rein? Noch so ein Baum? Noch ein bisschen Schwefel. Ihr habt getan, was ihr wolltet. Fertig. Sie schäbert. Hex, hex. Ach, kein Bevölkerungsplatz mehr für die ganzen Truppen, die wir kriegen würden. Euer Dorf steht unter Beschuss. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr. Hauptziel, Stein. Geht holen. Tut. Na gut. Ja, ist gut. Mach das mal voll. Ihr müsst etwas Platz schaffen. Ich weiß. Steine. Holen. Ja, ja. Wird erledigt. Punkt Null. Hebt sie mal drauf. Und Horde. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, die schicken wir gleich los. Wir machen gleich einen kleinen Gegenangriff. Nichts lieber als das. Natürlich. Natürlich. Eisen. Wir können Macht brauchen, damit wir Nebelkrieger stärker werden. Deine haben wir doch noch lange nicht zusammen. Aber das Zeug, das haben wir. Ich glaube, das mit dem Eisen kriegen wir auch wieder hin. Brauchen wir das? Wenn du like testimonialんだ. Ich glaube, das war gerade nicht. Also war die Verhoefer, das denn? Aber an ist es. Und sie haben uns. Ich bin ein Teil hier. Und das gede Jessica, Bis zum nächsten Mal.